Grüezi miteinander. Hallo aus der Schweiz. Ja, Tanja und Marco Reiselus, Stadt Alltagsfrost, heute aus der Schweiz. Und wo sind wir? Wir sind am Rheinfall, in Schaffhausen. Genau, und wir wollen jetzt mal gucken gehen, wie der Rheinfall so aussieht. Wir müssen sagen, wir sind das erste Mal hier und auf dem Wohnmobilstellplatz, wo wir stehen, im Übrigen ist der gar nicht so teuer, wenn er hier mal stehen bleiben wollte über Nacht, ne? Ja. Ihr bezahlt für die erste Stunde 5 Euro und je angebrochene Stunde 2 Euro. Es sei denn, ihr kommt abends um, was waren das, 18 Uhr? Zwischen 18 und irgendwie morgens ist es kostenlos ein paar Stunden. Zwischen 18 und 9 Uhr morgens, meine ich, ne? So was. Bin mir aber nicht ganz sicher. Sind aber Schweizer Franken und keine Euro. So, ja, sorry. Jetzt haben wir genug gequatscht, wir werden mal gucken. Ja, vom Parkplatz hier runter, nicht weit, was sind es? 100 Meter. Und dann kommt er direkt hier unten. Und da hinten seht ihr schon den Rheinfall. Ja, das Wetter spielt richtig toll mit. Guck mal, wie klar das Wasser ist. Ja. Wir hatten die letzten zwei Tage. Regen. Ja, bescheidenes Wetter. Aber jetzt spielt die Sonne mit. Im Übrigen war das eine spontane Aktion herzukommen. Aber es hat sich jetzt schon gelohnt, finde ich. Das Rote wurde im Vordergrund, da könnt ihr mitfahren. Ganz nah, im Hintergrund seht ihr das, da fährt mal eins an den Rheinfall ran. Ich weiß jetzt nicht, was die Tour kostet. Vielleicht sehen wir es später noch. Der Eintritt hier auf der Seite ist kostenlos. Beziehungsweise könnt ihr kostenlos an den Rheinfall ran. Im Gegensatz zur anderen Seite. Schloss, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Ich weiß auch nicht, wie es heißt. Tut mir leid. Kostet, glaube ich, 5 Euro oder so Eintritt. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Da kannst du uns ja nicht den betrachten mit dem Hund. Ich bin echt hier momentan. Mir tut die Sonne richtig gut. Ja, ich finde es auch super schön. Das Wetter spielt ja auch super mit. Ein Hauch von Schweden. Hier könnt ihr grillen. Was natürlich den Unterschied zu Schweden ausmacht. Seht ihr da in der Ecke? Da liegt der ganze Müll. Also Daumen runter. Ein kleiner Rheinfall. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft zum Rheinfall. Genau, wie wir aus der Toskana zurückgefahren sind. Da sind wir einfach durch. Da war alles ein bisschen stressig. Und dann haben wir es einfach sein gelassen. Aber jetzt sind wir endlich mal hier. Und es lohnt sich wirklich. Also wenn ihr immer hier seid. Tipp von uns. Kommt vorbei. und dann kommt es einfach entdeckt und ständisch. Dann kommt es in den nächsten Mal. Und dann kommt es in den Händen nicht gut. Hier spielen wir uns dann ein wenigstens. Und dann kommt es nochmal an. Da muss ich auf einmal sehen. Manchmal kommt es noch ein wenigstens, Und dann kommt es schon. Da ist ein bisschen etwas mehr drauf. Das zählt dann auch. Das ist da, dass wir Zeit noch nicht so machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020